Ich wusste nicht, was ich sagen musste, und ich wusste es doch. »Daniel«, rief ich, »Daniel, denk an den Hecht!« Er schaute mich an, als käme er von irgendwo weit zurück, von irgendwo her, wo niemand vor ihm je gewesen war. Er schaute mich an, als würde er mich nicht wiedererkennen. »Bitte, Daniel«, sagte ich. Und dann ließ er los. Der kleine Bruder von Klaus Stelter fiel zurück, und der Rotz lief ihm aus der Nase, und er schnappte immer noch nach Luft. Er rieb sich den Nacken. »Was glaubt ihr eigentlich, wo ihr seid?« »In meinem Bus wird sich nicht geprügelt. Ihr setzt euch jetzt sofort auf eure Plätze, ihr Rabauken«, schimpfte der Busfahrer, »und in Zukunft benehmt ihr euch ordentlich.« Mit den gleichen schweren Schritten ging er zurück zum Fahrersitz. Anna-Sophia Schulze-Wettering grinste frech und zwinkerte mir zu, als ob wir beide ein Geheimnis hätten. »Kannst ja mal vorbeikommen, wenn du Lust hast.« Noch vor vier Wochen wäre ich selig gewesen wegen dieser Einladung. Mit zitternden Knien und klopfendem Herzen hätte ich Ja gesagt, und ich komme gern. Aber heute kam es mir vor, als würde ich Daniel verraten, wenn ich Anna-Sophia besuchte. Vielleicht, weil sie mir so zugezwinkert hatte.